Huhu, christlicher Idealist hier und herzlich willkommen zu einer neuen Plattform hier auf meinem Kanal. Denn dieses neue Konzept ist für alle Menschen, die sich für das Mysteriöse begeistern können, für das Unerklärliche, das Rätselhafte, für alles, das sich Ratio, Vernunft und Logik entzieht. In dieser neuen Sendereihe gibt es nämlich die Abhandlung von zahlreichen mysteriösen Phänomenen und zahlreichen mysteriösen Vorfällen und Ereignissen. Und eines kann ich euch garantiert versprechen, das wird euch allen eine Gänsehaut bereiten. Schaltet also alle ein, abonniert, um nichts mehr zu verpassen, Denn Mystikus ist nun einmal eine Plattform, auf der jeder Mensch, der das Mysteriöse liebt, etwas findet. Denn vom Paranormalen bis hin zu einfach mysteriösen Vorgängen ist hier alles dabei. Eines aber haben alle die hier vor- und dargestellten Ereignisse und Phänomene gemeinsam. Sie alle entziehen sich als rational empfundenen Erklärungen und sind mit Ratio, Vernunft und Logik nicht zu fassen. Und das Wichtigste bei diesen Geschichten natürlich eine Portion Grusel, eine Portion Faszination, aber Ereignisse und Phänomene, die sich jenseits des normativen Zeitgeschehens abspielen, aufhalten und sich befinden. Herzlich Willkommen zu Mystikus, den Rätseln der Welt. Selbstverständlich gibt es noch andere und gibt es natürlich auch die klassischen Videos auf meinem Kanal. Doch gelegentlich wird eine Folge Mystikus dazwischen geschoben. Denn wir können Rätseln, Staunen, Fragen, doch eines muss man sagen, erklären können wir das nicht. Es bleibt eine mysteriöse Geschichte.